Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Aufgabe, zum Thema Partialbruchzerlegung. Hier ist es so, dass wir diesmal eine unechtgebruchende nationale Funktion haben. Das stellen wir fest, indem wir den Zählergrad mit dem Nennergrad vergleichen. Wir haben hier 3 im Zähler. Im Nenner haben wir nach x mal x plus 2 mal x minus 3 auch Zählergrad 3. Das heißt, 3 Drittel ist ein unechter Bruch und damit auch eine unechtgebruchende nationale Funktion. Bei einer unechtgebruchende nationale Funktion ist es immer so, dass wir zunächst eine Polynom-Division durchführen, damit wir eine echtgebruchende nationale Funktion bekommen. Für die Polynom-Division ist der Nenner, wie er jetzt steht, sehr ungünstig. Das heißt, wir multiplizieren als erstes das Ganze aus. Also schreiben wir erstmal hier die Funktion auf. Wir haben also x hoch 3 minus x Quadrat plus 3 durch x mal x plus 2 mal x minus 3. Das ist unser Bruch. Und das, wie gesagt, da multiplizieren wir den Nenner aus. Dann steht da x hoch 3 minus x Quadrat minus 6x. Also x plus 2 mal x minus 3. Und dann mal x gerechnet, dann kriegen wir x hoch 3 minus x Quadrat minus 6x. Okay, damit machen wir jetzt eine Polynom-Division. Das muss man nur bei einer unechtgebruchenden nationale Funktion machen. Bei einer echtgebruchenden nationalen erübrigt sich das. Also das machen wir x hoch 3 minus x Quadrat plus 3 durch x hoch 3 minus x Quadrat minus 6x. Okay, gucken wir uns das Ganze an. x hoch 3 durch x hoch 3 ist 1. Dann multiplizieren wir zurück. Also einmal x hoch 3, x hoch 3 minus x Quadrat minus 6x. Klammer drum, Minus davor. Und dann summieren wir das auf. x hoch 3 minus x hoch 3 fällt weg. Minus x Quadrat plus x Quadrat fällt auch weg. Und dann haben wir noch 3 plus 6x. Also der Rest ist 6x plus 3. Und damit haben wir 1 plus 6x plus 3 durch x hoch 3 minus x Quadrat minus 6x. Okay, dabei ist das hintere hier, dieser Teil, das ist meine echtgebruchende nationale Funktion, die wir im Partialbericht zu legen. Der vordere Teil, der hier, das ist unser ganz rationaler Anteil der Funktion. Den zerlegen wir nicht in Partialbrüche. Das ist ja nur eine 1. Den spalten wir aber immer vorher ab bei einer echtgebruchende nationale Funktion. Was wichtig ist, am Ende dürfen wir nicht vergessen, dass das noch mit integriert wird. Das gehört natürlich zur Ausgangsfunktion noch dazu. Okay, jetzt gehen wir genauso vor, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir bestimmen also als erstes die Nullstellen des Nenners. Dafür schauen wir uns natürlich nicht die ausmultiplizierte Form an, sondern nehmen die Form x mal x plus 2 mal x minus 3. Und da kriegen wir raus, okay, x1 ist 0, x2 minus 2 und x3 gleich 3. Also das sind die drei Nullstellen des Nenners. Und wie ich gerade gesagt habe, Schritt 2 und 3 machen wir jetzt in einem. Nehmen wir aber dann vielleicht nur einfach 2. Es muss ja nicht mit der Nummerierung der letzten Aufgabe einstimmen. Also wir machen Ansatz für die Partialbruchzerlegung. Okay, also der Bruch 6x plus 3 durch den Nenner, ich nehme jetzt wieder den anderen Nenner, also den x mal x plus 2 mal x minus 3, also den Nenner in Produktform. Der ergibt sich aus diesen einzelnen Partialbrüchen für die einfachen Nullstellen. Wir haben jetzt nur einfache Nullstellen, das heißt, für x gleich 0 steht da a durch x minus 0. Das 0 brauchen wir natürlich nicht schreiben, also schreiben wir nur a durch x hin. Plus b durch x minus minus 2, also hier plus 2, plus c durch x minus 3. Gut, das ist der Ansatz für die Partialbruchzerlegung. Jetzt berechnen wir wieder die Konstanten a, b und c. Also Berechnung der Konstanten, das haben wir vorhin gemacht, genau, wir haben als allererstes mit dem Nenner multipliziert. Also hier mal x mal x plus 2 mal x minus 3. Was bleibt hier links stehen? Einfach 6x plus 3. Rechts haben wir dann a mal x plus 2 mal x minus 3. Dann kommt b mal x mal x minus 3. Plus c mal x mal x plus 2. Wir sehen also immer, der Linearfaktor, der im Nenner steht, der fehlt natürlich bei a, b und c jeweils. Okay, was haben wir vorhin als nächstes gemacht? Wir haben die Nullstellen des Nenners eingesetzt. Okay, setzen wir also ein, x gleich 0. Dann haben wir vorne stehen, 6 mal 0 plus 3, also 3. Gleich a mal 2 mal minus 3, also minus 6a. Dann setzen wir b mal 0, weil irgendwas ist 0. c mal 0 mal irgendwas ist auch 0. Das heißt, wir haben sofort a gleich minus 1,5. Das gleiche machen wir jetzt für x gleich minus 2. 6 mal minus 2 ist minus 12, plus 3 sind wir bei minus 9. minus 5a. Das ist natürlich nicht richtig. Wir haben ja minus 2 plus 2 ist 0. Das heißt, der vordere Teil fällt raus. Und zwar haben wir minus 2 mal minus 5, das sind 10b. Und der hintere Teil, c, fällt auch wieder weg, weil minus 2 plus 2 ist 0. Das heißt, wir haben b gleich minus 9 Zehntel. Okay, also x gleich 0, x gleich minus 2 haben wir eingesetzt. Jetzt haben wir noch das dritte. Hier x gleich 3, setzen wir wieder ein, 6 mal 3 ist 18, plus 3 sind 21. Gleich 3 minus 3 ist 0, das heißt, der vordere Teil fällt weg. Dann wieder 3 minus 3 ist 0, das heißt, b fällt auch weg. Und wir haben nur noch c, c mal 3 mal 5, ist also 15c. Und dann haben wir c ist gleich 21,15 und das kürzen wir, ist gleich 7,5. Wenn wir mit rein kürzt. Okay, dann kommen wir zur Partialbruchzerlegung. Das ist der fünfte Schritt. Also schreiben wir hin, 6x plus 3 durch, das ist das hier oben, das r von x, durch unseren Bruch. Ob wir jetzt, welche Form des Bruchs, des Nenners wir nehmen, ist ja egal. Ich nehme jetzt mal die, ist gleich a, also minus 1,5 durch x plus b, also minus 9,10 durch x plus 2 plus c, 7,5 durch x minus 3. Das ist die Partialbruchzerlegung. Wie gesagt, das kann ich machen, unabhängig davon, ob ich integriere oder nicht, kann ich immer solche Partialbruchzerlegungen machen. Jetzt wollen wir zum Abschluss die Partialbrüche noch integrieren. Also 6, Integration. Integrieren wollen wir aber die gesamte Funktion, also nicht nur den, die echt gebrochenen, rationalen Anteil der Funktion, sondern die komplette Funktion. Ich schreibe es einmal hin. Das waren x hoch 3 minus x² plus 3 durch x mal x plus 2 mal x minus 3 dx. Ist also gleich Integral von, jetzt nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, das, was wir hier in Orange markiert haben, das müssen wir jetzt natürlich mit einnehmen. Also Integral von 1 dx, ich umkreise das hier auch nochmal orange, damit man die Zuordnung zu dem oberen hat, plus, also minus, minus 1,5 mal Integral dx durch x minus 9,10 mal Integral dx durch x plus 2 plus 7,5 Integral dx durch x minus 3. Okay, der Vorteil von der Aufgabe im Vergleich zu der davor ist, dass wir jetzt hier keine mehrfache Nullstelle hatten. Das heißt, wir haben tatsächlich immer ln mal dem Nenner. Ja, das müssen wir gar nicht machen. Bis auf vorne natürlich, wo wir Integral 1 dx, das ist einfach x. Also die Lösung ist hier einfach x minus 1,5 mal ln Betrag von x minus 9,10 mal ln Betrag von x plus 2 plus 7,5 mal ln Betrag von x minus 3 plus c. Und dann haben wir es geschafft. Okay, ich will jetzt nochmal herausstellen, was der Unterschied ist zwischen einer echt und unecht gebrochenen nationalen Funktion. Wir haben gesehen, bei einer unecht gebrochenen nationalen Funktion ist es so, dass wir vorher eine Polynom-Division durchführen müssen. Und wir nur für diesen echt gebrochenen nationalen Anteil eine Partialbrauchzerlegung machen. Dieser unecht gebrochenen, also dieser andere Teil, dieser Teil 1, den packen wir am Ende noch dazu. Ja, werden wir integrieren, dürfen wir nicht vergessen. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Und dann haben wir es geschafft.